Hab heute Morgen ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt als Papa halbnackt und in voller Pracht vor mir stand. Konnte mir diesen Anblick wirklich nicht mehr länger geben. Sein Bauch ist so dick, er kann seine Eier doch überhaupt nicht mehr sehen. Das ergibt doch einfach gar keinen Sinn. Meine konnte ich wenigstens sauber lecken. Immer noch bin ich am verzweifeln wieso weshalb warum. Warum hat man mir meine Eier genommen und Papa durfte seine behalten. Das ist sowas von unfair und Tierquälerei obendrein. Punkt.